Hallo, ich bin Helene Bockhorst und ich habe extra für dieses Video geduscht und was angezogen, zum ersten Mal seit Wochen. Ja, ich glaube, das sagt schon alles über die aktuelle Lage. Ich freue mich sehr darauf, hoffentlich bald wieder im Tollhaus in Karlsruhe vor echten Menschen auftreten zu dürfen. Bis dann! Ja, ich freue mich.